Zurück zu dem Ort, an dem ich früher mein Zuhause genannt habe, ob das Licht an ist oder nicht. Oliver Frank gestorben, Schlagesänger hat vor Tod schweren Schicksalsschlag erlitten. Der Schlagesänger soll im Alter von 58 Jahren für immer eingeschlafen sein. Zu den Hintergründen heißt es von Seiten des Managements, er sei am Freitag, 25. Februar, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Weitere Informationen gibt es dazu allerdings bislang nicht. Oliver Frank war durch Songs wie italienische Sehnsucht und zum Frühstück nach Paris bei Fans der Schlagermusik beliebt. Über das Privatleben des 58-Jährigen ist relativ wenig bekannt. Im Jahr 2018 hat er an der Koppelshow Schlagersuchtliebe auf RTL teilgenommen, weil er nicht mehr länger nur davon singen wollte. Zuvor hatte der Sänger einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Nach Angaben von RTL.de starb seine damalige Partnerin bereits im Alter von 30 Jahren. Ein Schock für den Schlagerstar. Doch mit der Suche nach einer neuen Partnerin wollte er nach vorne sehen. Weitere Promi und TV-News bei Ruhr24. Bei der Wahl der Herzdame war ihm bereits klar, ob blond, ob braun. Ich liebe alle Frauen. Herz sollte sie haben und ein bisschen durchgeknallt sein. Treue wäre natürlich schon ganz wichtig. Oliver Frank tot. Starb der Schlagersänger ohne Freundin? Ob er zuletzt eine Partnerin an seiner Seite hatte, ist nicht offiziell bestätigt. Fest steht hingegen, dass Oliver Frank schon lange vor seinem Tod mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Laut t-online.de hatte der 58-Jährige im April 2020 einen Herzinfarkt erlitten und musste deshalb ins Krankenhaus. So schnell kann's gehen. Das Leben gibt doch manchmal eher Warnschüsse, als man ihn befürchtet, schrieb er anschließend im Krankenhaus auf seiner Facebook-Seite. Trotzdem hat sich der Schlagersänger davon nicht aufhalten lassen und hat im September 2021 noch den Song maximal in zwei Versionen veröffentlicht. Oliver Frank tot. Fans erschüttert von trauriger Nachricht über Schlagerstar. Kurz vor seinem Tod soll Oliver Frank auf seiner privaten Facebook-Seite von mehreren Untersuchungen in Göttingen erzählt haben, berichtet NTV. Herz-Echokardiographie, Bronchioskopie und zu guter Letzt noch Kernspintomographie sollen auf dem Tagesplan gestanden haben. Auf Facebook nimmt die Freestage-Künstlermanagement GmbH aus Una in Nordrhein-Westfalen, bei der er unter Vertrag stand, Abschied vom 58-Jährigen. Dort heißt es, man sei tief erschüttert von der Nachricht seines Todes. Zudem trauere man nicht nur um einen langjährigen Künstler, sondern auch um einen Freund. Zudem weist das Management darauf hin, dass man von Nachfragen bei der Familie absehen solle. Hunderte Fans drücken unter der traurigen Nachricht ihr Beileid aus und zeigen sich betroffen. Danke fürs Kommen. Ich habe den ganzen Wein, Blumen und Kerzen vorbereitet. Ich kann nicht alles mit dir durchgehen. Aber die Tage sind verworren.